ja was wolltest du denn ich bin hinter dem rathaus und hier ja sehe ich und dann ja mit damit haben dann müssen wir anderen aber weg den arzt und stehen eh alle in der folge aber ist egal na warte mal ganz kurz ich gehe mal hier ganz fix nach hinten weil ich sie gerade ein enderman den ich töten möchte dann aber erst mal ein skelett töten erst mal ein schönes skelett killen na na geht doch und nicht ein treffer kassiert so jetzt kommt der anderman der enderman tut mir leid erst mal nach unten gucken das war erst mal der zaubermann erst mal der zaubermann ist weg der zaubermann darf ich jetzt sagen jetzt kommt erstmal der enderman dran jedoch ein treffer ich bloß kassiert bei dem enderman einen einzigen kleinen treffer ja wotten kannst du ja kannst du den let's play black ops 2 online mit team machen da bin ich auch schon am überlegen und dann wollen alle mitmachen und am ende ist es dann wieder bei dann wieder wieso netzby fünfte abos wo die dann alle nur umbeleidigen sowas wüsste der kursi mit ich weiß die ihr allen zwei akadeten ender hatte aber weißt du ist vor und trappen so sprengt man doch nicht dann ja endlich mal fragen habt ihr bestimmte zeiten erst am sonntag wann du immer aufnimmst jedes mal 15 uhr und was ist wenn du krank bist dann wird das ausfallen höchstwahrscheinlich dann muss ich aufnehmen du hast ja gar kein equipment zum aufnehmen oh ja dann schickst du mir jetzt eine karte bei boss und dann nehme ich auf ja genau ich schicke das ding bei boss weg nee aber das ding das ding das schicke ich nirgendswohin alter das ding ist mir so lieb und teuer beinah na gut mehr teuer als lieb aber ich kann dir auch noch einen schnappen versteck zeigen das ist richtig gut findet niemand heraus kann der das video nachher zeigen auf jeden fall zockst du dann nach den black ops 2 vielleicht weiß noch nicht ich bin auch uneinschlossen ich überlege noch aber ich glaube schon na ich glaube schon ich glaube noch bis 18 uhr mindestens vielleicht noch bis 19 uhr kann ich noch mitzocken gehst du wieder raus aus meinem haus an der band ja focus on survival games also ich raus bohrgecko raus ja 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 warte wer sind drin was ist in der party ja 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 das mikrofon ist nicht richtig drin also dein headset kannst du ein bisschen rum rückeln weil man versteht dich kaum rohgecko jetzt ja jetzt besser da ist da nicht in der party drin ich bin in der party ich will grad noch was zeigen das ist auch hast du grad die party offen da hast du auch einen lückenstich mit dem weil armin knitter ist drin er hat er konnte nachschönen du kannst ihn nachschönen du kannst ihn nachschönen also nachschönen im spiel kann keiner ich hab zugestellt er ist auf eingeladen er hat eine letzte spell bei der aufnahme ins gesicht geführt er hat eine letzte spell bei der aufnahme ins gesicht geführt er hat eine melade mal ein bitte ja warte ich schick eine einladung ja ja warte ich schick eine einladung mein schoss hat sie weißt warum weil du immer so oft stirbst du schmilzt auch mit den mit den komplett falschen perks weil bei meiner ich muss auch dazu sagen bei meiner jetzigen waffe bei der scar h spiele ich momentan ohne extras und ohne aufsätze und spielst du super crunch was für ein ding ja ok du spielst nicht super crunch also das ist extrem laut also da hörst du jeden gegen auf jeden fall hast du schon mal gesagt wo du dann wirklich jedes ding hörst mit deinem gamer headset ja ich hab ja genau das gleiche wie du naja ich sag ja auch nicht dass du es nicht das gleiche hast auf Fenstermanschlüge auf Fenstermanschlüge ey und ich war vorhin am pc auf dem server da war ein richtig geiles plug-in beim cobblestone generator da ist nicht nur cobblestone gekommen da kam auch gold, redstone und alles kann passieren kann passieren ja das ist wahrscheinlich immer so eine dinge da kannst du alles einstellen irgendwie man konnte auch irgendwie mit so plug-in einstellen dass diamanten auf ebene 1 sind oder so das heißt du hast ja keine älter sondern alles nur diamanten versuchst du den Tommy da oben zu erreichen Remix also du willst wirklich Liga spielen ey ich überleg doch man ich hab nur gesagt vielleicht jetzt nagel ich mich nicht auf diese scheiße fest nur wenn ich mal sage vielleicht ähm Remix hast du Essen? hast du ein Steak oder so? aber ich sag seh das sind nur die Skaff-Spieler und die guten Spiele na danke ich weiß ja aber ich hab ja Liga auch schon mal eine Zeit lang gespielt ich weiß ja schon dass das alles so drin ist ja warte aber jetzt sinds jetzt kommen nur mehr die Skaff-Spieler fast ja es erstmal einen schönen goldenen Apfel ne und Annahmein hast du schon Skaff-Controller gekauft? ne hab ich mir noch nicht aber ich kauf mir nicht den Razor Skaff sondern den anderen ich kauf mir einen ganz normalen Skaff-Controller ja ich find das einfach ein bisschen unmöglich ja schau weil bei Skaff da sind solche Schrauben drin die A Trigger-Stops genau sind drin Skaff die sind nicht beim Razor und der Skaff-Controller der normal ist auch rutschfest ja du kannst auch hinten bei den komischen LT und RT noch so komische Dinge reinschrauben die empfinde ich das da hinten ist ja das das sind die Trigger-Stops hm ja da zum Beispiel wenn du zielst dann drückst du nicht komplett rein sondern genau in welcher Farbe bin ich da schießt du da schießt du viel schneller halt mit den Trigger-Stops das ist uhrgell oh Gott ist der weit weg ja ich bin ja jetzt nicht so der Call of Duty Pro dass ich jetzt sage ja unbedingt das Ding brauche ich dann werde ich noch viel besser dann haue ich ihn ja auch irgendwie 300 nur noch warst du 3 raus oder so naja da brauchst du ein Team also ja man braucht eigentlich fast immer ein Team damit irgendwelche Leute da sind die einen immer unterstützen die einen den Rücken freihalten damit man auch möglichst viele Kills abbekommt du hast mal irgendwie die ganze andere Dinger gekriegt dann muss das ganze Team nur auf Support spielen also Drohne-Konto und einer muss im Gegner-Team spielen aus seinem Team damit er nicht alle rausgehen ähm ne das ist nicht so weil da weil jetzt beim Bonus da kommen eh so viele Gegner rein und wenn keine reinkommen dann machst du halt den Klitsch dass die Gegner reinkommen ja du komm her komm her echt her weil da ist gerade etwas im Hintergrund oder hattest du mir so angehört ich höre äh mich schlechtiger diese L-Lyrics ich seh dich gar nicht ich seh dich jetzt weil du mir die Welt gebacken sorry also ahja uah Alter ich lebe gar nicht weil ich raus schon bin Sack geschaffen man eh wie bräuch ich schon wieder Holz wir haben gar nicht das Haus was hier unten steht ich glaub das war Techno-Remix ein Haus ne das ganz unten war die Blätter die waren dann noch vom vorherigen Baum ok der hat sich aber ziemlich weit runter gebaut kann mir jemand kann mir jemand 3 Eisen schenken kann mir bitte jemand 3 Eisen schenken kann mir bitte jemand 3 Eisen schenken jaaa Fuzzle kommt zu mir ich hab welches eins ist das hier und von einem Freund habe ich gehört Fuzzle kommt zu Arme Fuzzle kommt zu Arme im COD Ghost wirst du es gibt eine Map die ist noch kleiner als wie Nukedown die ist halb so groß ja ich fühl sowas scheiße in mir die Maps wird immer kleiner teilweise ne wie kanns ne Map geben die kleiner ist als Nukedown ja Nukedown ist auch schon ganz klein alter Nukedown Zombie hast du zwar gespielt und was die äh dann bekommt jeder da gibt's ja auch da bekommt dann jeder Vorräte was zu sehen und dann sind die ganze Heli rum und dann sterben sie alle durch die Vorräte ja das ist jetzt sinnlos ähm ich zeig doch ein Geheimversteck äh noch ein anderes ja lass mal deine Mine gehen ich brauch Rohstoffe warte ich packe Sachen weg die ich dafür nicht brauche warum baust du dann dauernd so eine Geheimverstecke ja das passt ja warte lass danach mal in deine Höhle in deine Mine gehen ok ja aber wir könnten ein bisschen die Welt weißt ja das Problem vom letzten vom letzten aber niemand darf uns sehen das Problem bei mir ist ich kann kein Geheimversteck bauen weil wenn ich das baue sieht das sowieso jeder das ist das Dumme bei mir ich kann nix 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 ich will jetzt was versuchen ja warte mal ich baue grad noch ein bisschen Weizen ab ähm was kann ich tun wenn meine Welt schneller regeneriert also gar nichts das liegt dann am Horst bei mir da ich eine 16.000er Leitung habe dauert das immer ein bisschen länger bis es ankommt es wäre glaube ich ja ich habe auch eine 16.000er wann siehst du eigentlich aus bitte was wann siehst du aus von deinen Eltern weiß ich nicht ja warte und ähm ich hab mir deine Hausbauweise von Hexeland angeguckt das habe ich nachgebaut weil du kannst du nie am am Abend dann zocken ja ab 20 Uhr darf ich nicht mehr zocken darf ich nicht mehr rumbrillen oder so soll ich die Fresse halten weil meine Eltern pennen gehen total scheiße ich habe meine Welt geladen warte ich ändert mich ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr warte ich muss ich muss mein Kind ändern was soll ich ähm bisschen Eisen nur ein ganz kleines bisschen ich hab nur noch 8 Eisenbahnen dann hab ich auch nichts mehr aber ich will mein Eisen aufheben weil ich mir noch so ne komischen Waren bauen möchte also ne Blöcke bauen möchte Puzzle guck ich bin ein Klon kannst du mir Eisen geben ja warum verblüht da nicht einer grad du sollst sterben warte mal ich kann dem Brot geben du willst ja Aua warum schlägst du mich jetzt lasst mir die Rütte umsetzen ja hallo hallo hast du bekommen oder ja ja danke na gut na gut na gut 6 Eisen hier ja Mann was mach ich denn jetzt irgendwas irgendwas muss ich machen irgendwas ich weiß nicht was ähm ähm hast du ein Eimer mit Lava oder nur ein Eimer ich hab zwei Eimer ja kannst du mir einen aus dem Messer mit Lava mitbringen ja kann ich machen ach danke weil ich will mir den Koppelgenerator bauen weil ich will mein Haus umbauen ich hab auch Schwingen ich stehe am Rathaus magst du es nicht mehr oder was und der na ich mag das Spiel einfach nicht 6 Bucks warum hast du es dann gekauft so aber nur ein bisschen Eisen ich mein ja gut irgendwann hat man natürlich auch die Fresse voll von jedem Spiel aber Minecraft finde ich das noch nicht so schlimm ich komm mit in den Messer ich komm mit in den Messer aber ich muss auch nicht nächsten Sonntag hier pünktlich on sein anderman, warum? machst du so ein Scheiß Tomi und Dachgewege So, jetzt rein Scoti, ja Scoti bieb mich hoch Andermann, das hab ich genau gemerkt Oh mein Gott, ich hätte grad grad drauf runtergefallen Ich hab deine Welt nicht dran Aber da wo du lang gehst, kann ich zu laden Wo schon hast du noch Nahrung? Oh Ja du weißt ja, bring mir bitte in einmal mit Lava Ach scheiße, glaub ich keine Pfeile mehr Ich glaub die hab ich Hab keine Pfeile mehr Hast du welche zuhause bei dir? Sonst hol ich die Nee, ich hab keine Pfeile mehr, gar keine mehr Und wann machst du Facecam? Bring mir bitte in einmal mit Lava Wenn ich Facecam mache Ich mach Facecam, wenn ich eine Facecam habe Warte mal Also so eine Kamera Hast du Nahrung, Puzzle Hast du Nahrung, Puzzle? Sonst hier bist du ein schwarzer Alter, jetzt schwingen nicht die Rassistenkeule Ich bin hier so schon fast draufgegangen Alter, einen Schritt weiter und ich wär runtergeflungen und wär tot Leck mich am Arsch Sonst hier bist du ein schwarzer Alter, ey, mit so einer Scheiß brauchst du dir jetzt nicht ankommen Ich hab schwarze Haare Ich hab schwarze Haare Deshalb sag ich schwarze Ey, da fragt man, ob man schwarze Haare hat, aber nicht nur ein bisschen schwarz Weil ich ihm die Rohstoffe klaue Ich hätte doch gesagt Bist du ein Sch... Ich bin sogar Nee, ich hab braune Haare Was? Ich werde sterben Ich werde sterben In einer Wand In einer Wand In einer Wand Ich hab nicht in der Wand reingepacken Er ist in der Wand erstickt, Alter Was ist das denn für eine Scheiße Das hab ich ja auch nicht geschafft Ich weiß zwar wie, aber ich hab's noch nicht hingekriegt Ja, aber ich hab's durch Wenn du in der Wand erstickt Das Titler ist in der Wand, das stickt Ja, das ist doch... Wie kommt man auf so eine Scheiße, das da reinzuschreiben Weil der ist in der Wand erstickt, Alter Nein, ich hab... Ich brauch mir grad ein Geheimverstecken Da bin ich in der Wand drin verascht Ja, Fusel, du wolltest das zeigen, also Oh, ich bin so hier los, ey Aber ich glaub, man kann auch sich so reinglitschen In der Wand, so aus dem man den ganzen Tunnel dann alles sieht Ja, mit, ähm... Pisten und TNT Dann musst du dir den TNT-Block in den Kopf reinschieben Dann kannst du durch die Wände Aber man kann auch, wenn man hier irgendwie so ne... Äh... Wie hieß das? Diese komischen... Wie hießen diese komischen Dinger, die etwas rüberschieben konnten? Die Kolben, glaub ich, waren das? Ja, Pistons, also Auf Englisch ist Pistons Ja, und dann auch noch mit so'n komischen hier Glowstone-Block Damit gehst du nicht auf Falls du brauchst den Überlebensmodus, dann ist der TNT-Block in die Luft gegangen Mein Gott, irgendwie schießt schon mal Gas auf mich Aber ich will noch ein bisschen... Ne... Quarz fahren Quarz, Quarz, Quarz Quarz, Quarz Ich hab auch ein Glowstone wieder Soll ich dir in der Hälfte oder so? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ach, da ganz oben ist der. Wo kommst du her? Anderman kam gerade aus dem Himmel gesprungen. Ey, wo ist denn diese scheiß... Oh Mann, wo ist denn dieser scheiß Tempel, Alter? Oder diese Burg oder wie auch immer, hä? Festung. Dezter Festung. Ja, Festung. Deine Fresse. Ja, genau das war. Deine Fresse. Oh, keine Kohle mehr. Mann, ich find den Mist nicht. Ey, ich such dir wie ein Behinderte, ne? Ich find den Scheiß echt nicht. Bist du auch wie ein... Wie ein Loch? Nein. Ja. Bitte. Ja, du musst mal herkommen, warte. So, ich renn mal wieder zurück. Ich hoffe, dass ich den Weg noch finde. Ja, warte. So, du musst... So, du nimmst jetzt hier das. Du nimmst hier das. Ja? So, legst das hier drauf. Guck mal, legst das hier drauf. Drauf hin. So, und jetzt reichst du. Mann, ich komm. Loll. In die Lorche dann. In die Lorche dann. Guck, und da wäre keiner drauf gekommen. Mach du das mal. Ey, wo bin ich hergekommen? Ich bin irgendwo runtergesprungen, das weiß ich noch. Ich hab keinen Plan mehr, wo ich hergekommen bin. Alter. Babske, er ist tot. Er ist tot? Du musst sterben. Ich sterb nicht. Oh ja. Warte mal, ich hab doch noch ein bisschen Nazareg abgebaut. Genau. Dann baue ich mich da rüber. Dann überlebe ich da schon mal. Du schießt mir jetzt kein Pfeil in den Kopf. Aua. Sag, wenn du noch mal aus der Welt kommst, zeigst du, mach'n Geheimfakt. Na, brauchst nicht. Nein, das ist ein richtig geheimnisvoll. Das kannst du mal nicht immer kratzen. Du wolltest mir das Geheimversteck noch schreiten. Okay, warte. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Gas feuert auf mich und ich baue mich hier gerade rüber. Wir haben sich hier... Alter Schwede. Weg, 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 weg. Armin, hat irgendwer Holz? Ich will das jetzt probieren. Holz, Holz, wie viel? Warte, welches? Ja, irgendwelches. Armin, komm, mach die Brücke. Ja, warte, dann kannst du Steck. Ich nehm mal einen 4er Steck. Ah, warte. Hast du auch Redstone? Hast du neben. Redstone. Armin, du musst mitmachen. Ach, Redstone. Ähm, Redstone. Eine Farkel. Ja. Alter, leck mich, hab ich verlaufen. Warte, hier. Redstone. Armin, Armin, du musst mitkommen. Liegt da, hier, Undermann, Andermann. Ja, warte kurz. Da liegt Redstone. Ich will das probieren. Fuzzle, warte kurz. Also, hab ich den auf dem Spiel zu... Nein, das ist mein eigenes. Scheiße, ich hab mich echt verlaufen hier im Nether. Äh, ja, Fuzzle, ich komme. Undermann muss erstmal hier raus. Aber ich glaube, im Nether bringt ne Karte nichts, ne? Nee. Mist. Ähm, ich zeig euch ein... Ich zeig euch einmal ein richtiges Geheimverstecken. Ja, ein Boot, ganz wichtig, ein Boot. Äh, scheiße. Ähm, Enchanting Cable. Ähm, da wurde ein neues Haus geil versteckt. Ja, danke, aber ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme aus dem Scheiß. Ach, Fuzzle, zeig mir das später. Ich will erst meine Sachen entchancen. Ja. Wenn ich renne und renne und renne. Ich muss gleich in die Lorge, in die Lorge reinsetzen. Mach mal rein. Warte mal. Ich glaube, ich habe gerade den Weg gefunden, aber ich bin total falsch. Wenn ich jetzt hier rüber renne... Loll. ...müsste das eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Okay, man kann sie auch... Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Warte mal. Hat irgendwer ein Scheißer? Ja, ich habe gefunden. Ihr habt den Weg da draußen. Oh mein, schwer, sprich weiter in den Tod. Ich bin wenigstens gleich draußen. Hat irgendwer ein Scheißer? Nee. Den kannst du dir doch aus Cobblestone und einen Stock machen. Na, man braucht nur Cobblestone. Auch für den Cobblestone nehme. Hä, ein Scheißer? Äh, da. Da Cobblestone und einen Stock. Ich schwör's dir mal, verpiss dich einfach.